In der Bibel werden Menschen oft mit Steinen verglichen. In Genesis 2 zum Beispiel wird Adam aus der Erde gemacht. In Johannes 8 wird behauptet, dass Gott aus Stein Kinder Abrahams machen könnte. In Lukas 19 sagt Jesus, dass sowohl Menschen als auch Steine ihn als den Messias und Gottessohn bekennen können. Christus selbst wird Eckstein der alten und neuen Schöpfung genannt. Auf ihm baut sich unsere Wirklichkeit auf und der Apostel Petrus sagt von uns Christen, dass wir Steine sind im Tempelbau Gottes. Dieser Tempel ist der Leib Christi. Der Tempel ist also ein Gebäude aus vielen einzelnen Steinen, die zusammenkommen, um ein großes steinernes Haus zu gestalten, in dem der Heilige Geist seine Wohnung aufnimmt. Die Geschichte des christlichen Kirchgebäudes ist also eigentlich die Geschichte, wie Gott sich in seiner Schöpfung ein Zuhause macht. Das macht er primär durch seine Kinder, wie man das im Garten Eden bei Adam und Eva sieht. Als weitere Entfaltung dieses Musters bauen sich die Menschen aber auch Häuser und letztlich bauten sie auch Gotteshäuser. Die Stiftshütte war das Gotteshaus unter den Kindern Israels. Der Tempel Salomos sollte dann im Laufe dieser Geschichte darstellen, wie herrlich Gott auch innerhalb seiner Schöpfung wohnen kann. Als dieser Tempel abgerissen wurde, letztlich im Leib Christi, wurde damit zum Ausdruck gebracht, dass Gottes Wohnung erst in der neuen Welt gänzlich wiederhergestellt werden kann. Wo wir aber noch in der alten Schöpfung geduldig und fröhlich unterwegs sind, bauen wir immer noch Häuser, in denen wir uns als Gottes Kinder um seinen Tisch sammeln können. Als die Christen von den Juden aus den Synagogen getrieben wurden, begannen sie erstmals in ihren eigenen Häusern den Gottesdienst zu feiern. Als die christliche Religion aber auch staatlich anerkannt wurde, benutzten Christen die Baupläne eines römischen Gerichtshauses, um die Struktur der Wohnung Gottes unter den Menschen darzustellen. Diese hieß Basilika und entwickelte sich im frühen Mittelalter in die romanische Bauweise, die eher eine Festung ähnelte und auch oft eingesetzt wurde, um Unschuldige von Räubern zu schützen. Dieser Stil bildete sich in die sehr hohe, bildreiche Gotik aus, die dann auch die Brücke in die theatrale Barockzeit schlug, wo der Gottesdienst immer mehr als Theaterstück wahrgenommen wurde. Und heute hat sich das sogar so stark weiterentwickelt, dass manche meinen, der Laptop oder ein Fernseher ist das neue Gotteshaus. Nachdem wir nun mehr über die Geschichte des Kirchraums gehört haben, möchte ich dich jetzt gerne fragen, Markus, wie ist denn eine Kirche idealerweise aufgebaut? Markus Schäfer- Danke Steffen für die Frage. Ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass eine Kirche aus drei Bereichen besteht. Dem ersten Bereich, das ist der Vorraum der Kirche oder auch der Eingangsbereich, der zweite Bereich wäre das Langhaus oder auch Kirchenschiff genannt und der dritte Bereich, der wichtigste Bereich und im idealen Fall im Osten liegend wäre der Chorraum oder der Altarraum. Große Kirchen zum Beispiel können dann auch noch, wenn man die Mittel hat, ein Querhaus haben zwischen Chorraum und Langhaus, sodass das Kirchgebäude von oben betrachtet ein Kreuz ergibt. Kannst du noch etwas genauer auf die einzelnen Bereiche in der Kirche eingehen? Ja, danke auch für diese Frage. Ja, auf jeden Fall. Der Vordaum ist, wie schon gesagt, der Eingangsbereich und zwischen Vordaum und Langhaus wäre idealerweise der Platz für den Taufstein. Zum einen an die Erinnerung an die eigene Taufe, wenn man in den Gottesdienst kommt, aber auch symbolhaft trägt das etwas bei zur Bedeutung der Taufe, denn die Taufe ist der Eingang in das Schiff der Kirche, in das Kirchenschiff dann auch jeden Sonntag. Im Langhaus sitzt dann normalerweise die Gemeinde versammelt oder steht in den jeweiligen Abschnitten bei der Evangelienlesung oder kniet auch bei der Zubereitung des Altars und bei den wichtigsten Gebeten. Der Kordaum ist idealerweise dann etwas vom Langhaus abgehoben oder sogar noch durch Altarschranken abgegrenzt. Er ist, wie gesagt, das Wichtigste im Kirchgebäude, weil dort das Heilige Abendmahl gefeiert wird. Im Kordaum sitzen dann auch idealerweise alle am Gottesdienst aktiv Beteiligten. Wenn es die Mittel hergeben, sogar vielleicht der Kantor oder auch der Organist, dann aber auch die, die am Gottesdienst aktiv mitsingen, wie zum Beispiel die Schola oder auch am Gottesdienst aktiv Beteiligte wie Ministranten, wenn es die denn in dem Lutherischen Gottesdienst gibt. Und dann natürlich auch der Pfarrer oder auch der Diakon. Und sie sitzen anders als die Gemeinde nicht auf den Altar gerichtet, sondern sich gegenüber und singen abwechselnd die Psalmgesänge, also zwischen rechts und links. Im letzten Teil des Videos soll es darum gehen, warum der Raum so aufgebaut ist, wie er ist und warum die einzelnen Elemente so angeordnet sind. Traditionell sind Kirchen nach Osten, also zur aufgehenden Sonne ausgerichtet. Dieser Aufbau ermöglicht also einen Anstieg der Helligkeit vom Eingang, der meist im Westen ist, bis hin zum Osten, zum Altar. Die Gemeinde schaut somit, wenn sie zum Altar blickt, in Richtung des Lichts, welches nach Johannes 8, Vers 12 ein Bild für Christus und auch für die Auferstehung ist. Darüber hinaus sagt auch Christus in Matthäus 24, dass er selber am jüngsten Tag aus östlicher Richtung erscheinen wird. Denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Über dem Altar befindet sich meist ein Kuzifix, das das Zentrum der Blickrichtung bildet. Diese Position beim Altar hängt stark mit der Abendmahlsfeier zusammen, in der durch den einmaligen Opfertod Jesu am Kreuz die Gemeinde den wahren Leib und das wahre Blut Christi empfängt. Das Opfer, das vom Altar aus empfangen wird, ist also der am Kreuz gestorbene Christus. Dies wird durch das Kreuz am Altar deutlich. Viele Kuzifixe stellen auch die Seitenwunde Jesu dar, aus der, wie in Johannes 19, 34 berichtet, Blut und Wasser flossen. Wenn die Abendmahlsgeräte auf dem Altar aufgebaut sind, wirkt es also so, als würde das Blut Jesu am Kreuz direkt in den Kelch fließen. In vielen Kirchen steht direkt vor dem Altar der Taufstein. Durch ihn werden alle Menschen, die getauft sind, zu Kindern Gottes. Die Position des Taufsteins direkt vor dem Altar symbolisiert den Eintritt der Getauften in die Gemeinschaft der Christen. Durch die Taufe erhält man also den Zugang zum Allerheiligsten und zum Altar. Man darf also durch ihn direkt vor den Herrn treten. Dies wird besonders deutlich, wenn man zum Abendmahl nach vorne geht und somit erst am Taufstein vorbeigehen muss, um dann das Heilige Abendmahl am Altar zu empfangen. Falls wir euer Interesse an unserem Kanal geweckt haben, bleibt gerne dran. In unserer Liturgieserie werden wir zunächst den Kirchraum vorstellen und in weiteren Videos auch theologisch-dogmatische Themen behandeln. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.